... der Europäischen Union entgegenzutreten. Von der sozialistischen jüdischen Partei Independence for Change es ist mir eine große Ehre, Claire Deli. Good afternoon Munich. What a magnificent display of people power. What a perfect response. To the warmongers and arms dealers assembled in this city that we stand here in defiance and say No Passaran, no more. Was für ein großartiger Platz, um den Mächtigen dieser Stadt und den Kriegstreibern zu zeigen, sie kommen nicht durch. No Passaran, kein Krieg mehr. It is an outrage that as our planet burns and millions of people die of hunger and curable diseases, our so-called leaders, the enlightened ones, the ones with values, gather in this city to discuss our security. And the best that they can come up with is more war and more militarization. So ist ein Unverschämtheit, dass in einer Welt, wo Millionen Menschen an heilbaren Krankheiten sterben müssen, dass die sogenannten Führer dieser Welt hier, um angebliche Sicherheitsprobleme zu diskutieren und das Ergebnis nur mehr Krieg und mehr Töten ist. If there was ever an indication of their utter incompetence, their bankruptcy and their abject failure, then this surely is it. Wenn Slimas einen Beweis gegeben hat für die bodenlose Inkompetenz und Unverschämtheit, dann ist diese Konferenz dieser Beweis. We know that they are all here. The rogues gallery of war criminals, Clinton, Blinken, Stoltenberg, already drenched in the blood of the people of Afghanistan, Iraq, Syria and Libya and now Gaza. Sie sind alle hier, die Verbrechergalerie von Blinken und dem ganzen anderen, die bereits in dem Blut der Menschen in Syrien, Afghanistan schon getränkt sind. Five months of a continuous bombardment on an imprisoned civilian population, 50% of whom are children, hospitals, schools, mosques, homes, doctors, journalists, all targeted and all destroyed as the world looks on. Fünf Monate lang geht ein ungnadenloses Bombardement in eine gefangene Bevölkerung. Es werden Krankenhäuser, und von dieser Bevölkerung sind 50% Kinder, Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, alle zivile Einrichtungen werden gnadenlos bombardiert. A population on the brink of famine and the US and the EU have not only failed to call for a ceasefire, but they have accelerated arming Israel and denying humanitarian aid to the population of Gaza, even as Israel stands charged with the crime of genocide. We are here to tell them that we will never forgive you. You have betrayed the people of Gaza just as surely as you have betrayed the people of Ukraine. Schande auf Sie. Wir sind hier, um zu sagen, dass ihr die Menschen von Gaza verraten habt. Und wir werden nie Ruhe geben, bis ihr das merkt. Sie sagen, dass ihr mit der Ukraine stand seid. Aber was bedeutet das? 133 Milliarden Euro-Fonds auf die Ukraine, nicht um die Krieg zu stoppen, sondern um es zu gehen? Ihr sagt, dass ihr mit der Ukraine steht. Aber was bedeutet das? 130 Milliarden Euro-Fonds auf die Ukraine nicht um den Krieg zu stoppen, sondern um ihn zu verlängern? Das Ergebnis? Das Ergebnis ist 130.000 Menschen gestorben, viele Millionen von ihren Häusern vertrieben. Und das Ergebnis ist eine riesen Inflation, die alle Menschen in der EU betrifft. Und wir sind hier, um zu sagen, stopp, das soll nicht weitergehen. Millionen Menschen sind selbst auf den Straßen und die sehen ganz genau, was ihr seid. Und wir durchschauen euren Betrug. Und... Und... Ich glaube, Sie können all speak English anyway, so I don't know why poor Nancy has to do this work. Wir können ihnen sagen, was sie wollen. Sie können versuchen, den Feminismus zu unterstützen. zu kapern für ihre Propagandazwecken und sie können praktisch auch die Cruise Missiles verkaufen. Aber Sie werden sehen, dass das nicht funktioniert. Wir werden sehen, dass Millionen von Menschen marschieren. Menschen, die sich weigern, zu töten oder getötet zu werden, die sich weigern, ihre Geld für Waffen auszugeben. Und wir werden sehen, dass sie sie gleich sein werden. Und wir werden sehen, dass sie sie gleich sein werden. und wir werden sehen, dass sie eine Welt und der Frieden, eine Welt für Waffen ausreichend sind. Und wir werden sehen, dass wir ein Welt der Frieden und der Frieden werden, eine Welt der Frieden und der Frieden werden. Und wir werden sehen, dass sie für Gewalt und für Gestalt und für Gaza ausreichend werden. Die Internationale Solidarität Die Internationale Solidarität It's supposed to be finished and this is not part of the script but I have been involved in politics for 40 years of my adult life and I never thought that I'd have to witness the scenes that we are watching with the live stream genocide taking place on our social media outlets but for me to be here in Germany where I know it is so difficult for you to speak out for justice and peace and solidarity with Palestine it means so much it means that we know that we are the people the world's over and we will prevail thank you so much for allowing me to be here today thank you so much for joining us 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 Vielen Dank.